so willkommen zurück welche mission haben wir denn als nächstes das Auto, cooles Auto, pst aber Feuerentscheid ist für mich was habe ich denn noch wie Freunde Fred, Roman, Michel Jacob ich bin gerade mich her anzurufen weil es auch schon länger her ist aber ich glaube ich kümmere mich erst mit Roman noch und dann ja, ich kann jetzt richtig hab nur ein Auto gefahren das war easy und dann von vorne ja 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 gut wir sind im Verfolgungsjagd, wie es auch nicht man hat ja sonst nichts zu tun in Liberty City das schaue ich nicht von dieser Höhe ja scheiße, es wäre so geil wenn ich es geschafft hätte so einzuparken damit vor allem mit diesem Auto so ja sehr ausbrecht sich am weg also für GTA 4 äh GTA 4 ich bin nicht so wie die manche andere die einfach nur wenn sie einen Juden sehen oder einen der die Kipp und so weiter trägt sie in GTA überfährt würde auch nicht so gut ankommen ja 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 VISTA ne h ja 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 You fucking dick! I'm sorry! Screw you! Alright, so you want me to deal with it right now? No! Sit there! No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico! Wait! Don't do anything stupid! Wait for me! Hahaha! Alkohol and so, ne? Conrad's Bounce, such a flat! Okay. Don't do anything stupid, cousin! Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens! We have an open relationship! I do my thing, she does hers, maybe next time I might watch them at it! Oh! Watch! That hairy sweaty back going up and down! I can't take it! How could she do this? I knew you cared! I have to do this! That will man sich nicht vorstellen. That will man sich definitiv nicht vorstellen. Wait, Nico! You have to think this through! Stay out here! Let the big boys have their conversation inside! Pfff! And what were you? Give me a drink! Anyway! We can't! I'm talking about Capusto! Why do you have to eat Capusto if it's cheese? Hahaha! 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 Bloody boy! I'd like a word with you! What are you doing here? Did I summon you? Boy! I told you to stay away from Mallory! Ah! Go away! And now Roman is upset! Oh! Roman is upset! Excuse me! Do you think I give a fuck, peasant? Huh! Oh! There he is! Hey fatty! I'm so sorry you're so upset! Oh, poor fucker! Hahaha! Hey Vlad! Can't we just talk about this? Hahaha! You stay away from Mallory! I must be hearing things! I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do! Hahaha! Did you hear that voice? Yeah! Now! Get him out of here! Come on! Come on! Come on! Come on! Get back outside Roman! Sorry Mickey! Okay! Really? What is this? He's going to last a while. Oh no! Oh no! Green, you don't want to sound real! That was great! Let's go home! We're both going to Ascent! I don't walk away until this thing is finished! Es ist fertig, er ist dran und wir werden ihn nicht wiedersehen. Er kommt zurück. Die onlye Dinge, die dich verletzt wird, ist 6 mitten von Teufel. Verletz dich mal, Mallory. Plans verändern. Und, du kennst, wenn Vlad ist mit ihr. Growl eine verdammelige Spie. Du denkst, dass Vlad nicht nach uns kommt, wenn ich ihn so schaffe? Ich muss es enden, hier und jetzt. Shit, ich mag das nicht. Fuck, fuck! Scheiße. Go, go, go! Juri needs for go. Schnell. Alter. Ich wusste gar nicht mehr, dass es diese Mission ist. Ich hab, wie gesagt, das Game schon ewig nicht gekleidet. Ich mein, wenn nach, was ist es? 8 Jahren, 9 Jahren? Und ein Update rauskommt? Zu spät. Schnell. 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 Genau. Ja, ich denke, das ist vorbei. Wie haben Sie es geschafft? Wie sieht es aus? Wir sind tot! Nein, er ist tot. Wir sind gut. Sie haben hervorragende Freunde. Sie sind ernsthaft. Ich habe Sie gesagt, dass Sie calm sind! Ich bin calm. Sie versucht uns zu töten. Sie verraten Ihre Freundin. Was wünschen Sie? Ich gebe ihm eine Masage? Shit, shit, shit! Wenn ich in der Armee war, wir waren auf eine Mission. Um ein Team zu ambushen, hat viele Innocenten zu töten. Sie waren unsere Enemies. Aber wir haben es nie. Es gab 15 von uns, alle Kinder aus der Stadt. Aber einer von uns, hat sie verraten die Gruppe. Es war ein Verstattel. Für Geld. 12 Menschen, drei Menschen, Ich weiß, der Traitor war nicht ich. So für 10 Jahre, ich habe mich zu suchen, für die anderen zwei. Einer von ihnen bleibt hier. Warum? Warum sagst du mir das jetzt? Du bist immer sentimental, nachdem du die Menschen zerstört? Du hast immer gefragt. Wunderschön. Wunderschön. Du bist hier auf eine Revenge-Mission für etwas, das vor zehn Jahren passiert? Und du wirst nicht, welches Leben, wirst du in der Lage? Nein. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, warum sie das gemacht haben. Ich weiß nicht, du wirst es herausfinden. Wir holen den Körper, zumindest für einen Moment. Lass ihn in den Berg. Alter. Jetzt wissen wir, wieso der hier ist. Soll Roman anrufen. Währenddessen Handy am steuern. Oh Mann, ja, Flat ist weg. Alter. Alter. Ich komme schnell. Das heißt, später. Später komme ich schnell. Alter. Das ist der Grund, warum es auch in Deutschland Staus gibt. Weil alles zu schnell fahren, und die Straßen dadurch überlassen sind. Oh. Ich muss mich kotzen. Ach komm, lass mal diesen hier. Lass mal das hier mal machen. Wie geht's? Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Good. Yes, Comrade. I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, Comrade. Excuse me? You're excused, Comrade. You're excused. Now go on myself for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. I'll tell you what. I have a hundred bucks. I have a hundred bucks. On Uncle Sam, Benjamin, and motherfucking Franklin. Freedom! This coke, is okay, you. Alter. Ja, jetzt habe ich das Essen finanziert bekommen. Gute Roman. Bester Mann. Bester Mann einfach. Ja, beleidige mich. Ich werde dir nicht eine lutschen, Mann. Bester Mann. Bester Mann. Mein Gott, Alter. Ey, 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 ey. Du sollst nicht die Treppe runter sprinten. Du sollst oben bleiben. Wie es weitergeht. Wie immer. Playlist weiter.